Eine meiner lustigsten Szenen, die ich gedreht habe, war die, wo ich mit Felix den Liebestanz an der Tanzschule gelernt habe. Wir hatten beide hautenge, rosane Anzüge an und weite Tü-Tü-Röcke und der Tanz war einfach total bekloppt. Wir mussten uns auf die Köpfe fassen und im Kreis drehen und während des Drehs haben wir eigentlich auch die ganze Zeit nur lachen müssen, beziehungsweise mussten uns das Lachen verkneifen. Die lustigste Szene, die ich gedreht habe und die ich am lustigsten finde, war aus der ersten Staffel. Es war ein Quiz zwischen Mara und Kaya war das, glaube ich. Und da haben Felix und Magnus sich als Quizmoderatoren verkleidet und Felix war verkleidet als Frau und musste dann die Assistentin sein. Und ich hatte dann eine sehr lustige Perücke auf und ein Schnurrbart und durfte da lachen wie ein Verrückter. Ich fand das beim Drehen ziemlich cool und nachher zusammengeschnitten auch super. Meine Lieblingsszene ist, wo Delia und Felix versuchen, Nina ein bisschen das Flirten beizubringen, weil es mit Daniel nicht so gut läuft. Und dann verkleidet sich Felix als Nina und hat Ninas Kleid an und Ninas Strumpfhosen und so und auch Zöpfe. Und Delia erklärt ihr ganz genau, wie das alles funktioniert, worauf man achten muss. Und das war schon eine der lustigsten Szenen. Sehr lustig fand ich die Szene, in der Delia und Daniel sich verkleiden, um ins Krankenhaus zu kommen und herauszufinden, wo Nina liegt. Und Delia spielt, dass sie schwanger ist und Daniel spielt so einen alten, tüdeligen Herrn. Und das war sehr, sehr lustig und hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war sehr, sehr lustig.